So, Päuslerum, der alte Mann ist wieder da. Die Engine wollte mal weitermachen. Wir waren jetzt bei der Iron stehen geblieben. Dann machen wir die doch schnell. Erstmal brauche ich wieder das hier. Och, Viech, du nervst gerade. Verpieselig. Du nervst gerade sowas von, ey. So, ich brauche sechs Stück davon. So. Wieso kriege ich schon zwei? So, nochmal vier Stück. Danke. Danke. Die kommen jeweils außen hin, genau. Äh, die Tubes haben wir noch. Iron Sheets, Gold Sheets und Diamanten. Die haben wir noch. Gold muss ich herstellen und ich muss Dias mitnehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das, das, das und das, die Engine und das. Entschuldigung, ich musste mich kurz bequem hinsetzen hier. Mal gucken, solange die das noch braucht. Ey, Ex-Frau, du kannst doch mal antworten. So, der Engine Hammer. So, und dann kommt noch dir. Nice. Ja, ne, findest du auch klasse. Der See ist ein bisschen zu klein für dich, kann das sein? Ah, nö. Jeder fängt mal klein an. So, so, so. So. Dann haben wir den Engine. Welche Quest hatte ich jetzt erledigt? Ich guck die mit den Fliegen war das. Genau. Da regnet's Kohle. Und wir haben die DIA Engine. Äh, Engine drinne. Reel drinne. Craften. Das geht wieder komischerweise. Dieses hässliche Ding, ey. Sorry, das ist aber einfach nur hässlich. Und braucht natürlich Fuel, willst du mich verarschen, ne? Äh. So. Full. So, was gibt man dem denn für eine Farbe? Das ist echt ne gute Frage grad. Ich hau jetzt erstmal alles hier in die Kisten rein, weil draußen das Zeug wärmer definitiv nicht mehr brauchen. Passt nicht mehr rein. Cool. Äh. Das ist da rein. Bullets hier rein. Ah ne, das sind ja keine Bullets. Das sind ja so ne Bauteile. So, das kann hier raus, das kann hier raus. 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 Das kann hier alles raus. Ah, die Pilze nicht. So, so, so. Das, das, das. Das, das. Das, das dahin. Hehehe. Und, ich würd sagen, wir machen erstmal schnell da drüben. Hey da, ich hasse Katzen in Minecraft. Ich hasse Katzen in Minecraft. und, was du geschafft. Oh, so. So, dorthin, da einmal weg, da einmal weg, hier einmal weg, da einmal weg, da und da. Da kommen solche Blöcke hin. Nice. Sechs. So. Alter, ist was falsch hin? Das da. So, so, so. 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 Sorry, ich muss die Mauer kurz einreißen. Ja, au. Ah, ist das jetzt runtergefallen? Ne. So. 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 Boah, die kann ich hier nicht setzen. Scheiße. Ja, ja, ich weiß, dass ich Damage kriege. Bin ich wieder. Ja. Nein, mein Gott, nein, Tom. Ich steh nur so rum. Das ist mir dreist und nie wieder erscheint. Ach so. Die Difficulty. Die Difficulty. Seh ich nicht so rum. 167. Wo bist du jetzt denn? Deine schöne Scheißlichkeit hier anschauen. Ey, lass mal den coolen Pilz in Ruhe. Ich wollte den Crimson Wild zu dir bringen. Was soll ich mit dem Crimson Wild bei mir? Äh, dich daran erfreuen. Wie schön er ist. Wie schön er ist. Sieht klasse aus. Ich will es euch noch weiter, aber ich hab noch ein bisschen was. Nein, 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 das wird nicht ernsthaft. Doch. Boah. Boah. Guck mal, es geht ganz schnell wieder weg. Stimmt. Oh, Darko. Vergiss, dass wir Weinminer haben, ja? Ich vergesse es nicht. Das ist sicher verwahrt in der Truhe, wo sogar noch draufsteht. Vorsicht, Weinminer. Ah, okay. Aber die Difficulty, na, ähm, ja, auf die Mobs bin ich jetzt gespannt. Das ist normal, wir hatten schon 172. Echt? Hab ich nie gesehen. Dann hatte, bei mir, das war Standard hier bei mir in der Base. Naja. Dann hat es mir halt die Dinger gefressen und da war zum Glück Ruhe. Ich hab jetzt bei dir in der Base die Difficulty wieder hochgetrieben. Aber ist ja nicht schlimm, sagst du. Kriege ich eigentlich die Erde wieder? Oh, die hab ich gerade bei mir in die Kiste gepackt. Ja, ich bin... Warte, 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 warte. Ich muss schauen, ob ich welche habe. Gut, weil ich will bei mir hier unten mal kurz... Ja, ich hab welche. ...was machen. Äh, jetzt hab ich vergessen, Dings mitzunehmen. Scheiße. Die ernten das Feld hier einfach nicht ab. Und die bumsen einfach nicht. Komische Villager. Ja. Kennst du die Mod Tough As Nails noch? Ja. Was macht die? Ähm, Hitze und... Also Heating und Cooling-Coils einbinden, ne? Genau. Scheinbar... Scheinbar? Hat der Mod Entwickler eingesehen, dass das einige Spieler ziemlich abkotzt. Und? Es gibt die Mod in der 1.16 ohne Jahreszeit nur noch. Oh, wow. Man kann nicht mehr erfrieren, man kann nicht mehr... ...Hitze sterben. Also es gibt diese Bobbel mit Hitze und Kälte einfach nicht mehr. Es gibt nur noch Durst-Durst. Boah, das ist ja scheiße. Aber... Ich hab' ich nicht so süß, dass ich das rein getan habe. So, dann lassen wir das jetzt mal zu. In der Hoffnung, dass da was spawnt. Äh, das da hin. Da hier rein. Dreck wolltest du da haben, hast du gesagt. Ich brauch' kein Dreck. Scheiß, ich wollte jetzt drei Stacks vorbeibringen. Warum? Damit ich den Mist loswerde. Äh, Mr. Weiße Farbe, Wassereisen. Acht Eis. Ne, sieben waren das. Sieben. Einmal voll Wasser. Und weiße Farbe. So. Dann war sie, wo war sie, da war sie. Ich hab' noch keinen Inks-Sex mehr. Schwierig, schwierig. Ja gut, in diesem Ort, da kam mir da, ich stehe überhaupt keine Probleme mit. Ich erinnere an Coma Sky, zum Beispiel, wo ich... Ganz ehrlich, ich war vorhin, ich hatte 99 Fliegen. Ich hab' ewig gebraucht für die letzte Fliege. Ich hab' ewig gebraucht für die letzte Fliege. Ich bin auch bei dir ab sofort. Ich zieh' bei dir unten in den Keller ein, wo Rüben-Nase ist. Und warum sind hier keine Squids mehr im Fluss? Was? Hier waren doch vorhin noch Milliarden drinne. Ja, da hab ich auch vorhin noch gekillt. Ne, wo ich wiedergekommen bin, waren hier noch Milliarden drinne. Achso. Boah, ist's doch weh. Ich brauch' bloß Ane und hier ist Ane. Ich hab' mich echt drauf, dass das einprogrammiert wurde von Minecraft. Ich weiß, wenn man was sucht, dass es nicht da ist. Wir müssten hier Gedanken lesen können. Ne, aber cool. Wenn's so wäre. Ey, doch, da kam ein exec raus. Ey, den ihr Glück. So. Ähm. Das sah cool aus. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Ja. Falsches kommt da oben rein. Was würd ich denn kriegen? Was ist ein Impoling? Ähm. Darf ein Dreizack jetzt? Ja. Oje, ich hab' keine Ahnung. Egal. Impoling Loyalty. Impoling Loyalty. Unbreaking 3. Na gut. Loyalty ist ja, dass er zurückkommt. Sehr klar. Mhm. Aber was ist das andere ist? Keine Ahnung. Das konnte man noch drauf schmeißen. Ähm. Piercing könnte man grobe noch drauf knallen. Ja. Ne, geht nicht. Da ist irgendeine Verzauberung drauf, die das wieder verhindert. Okay. Collateral. Collateral Schatten. Im Pauling 5 hab' ich sogar hier drauf. Warte mal. Loyalty 3. Irgendwann ist doch grad ein Impoling 4. Dann kann ich sogar 5 draus machen. So. Hab' ich noch 33 Level. Mal gucken, für was das ist hier. Nein, jetzt geht das hässliche Ton wieder los. Aber für was war jetzt das im Pauling? Ich hab' alle gegessen. Wie? Was hast du gegessen? Bei irgendjemandem war ja für Blitze mit dem Dreizack. Egal. Äh. Babadabibabub. Die Squids. Ach so. Ja. Wenn's schmeckt. Und wie hoch ist deine Difficulty jetzt? Wird mir nicht angezeigt. Für mich steht mich grad 177 da. Ich sag's dir, wenn's das nächste Mal angezeigt wird. So. Wo haben wir denn? Elefant, Mante, Shrimp, Gorilla, Gorilla, Bone Serpent, Warped Tooth, Strait Pull. Ich hab' 19 Knochen und 8 Bone Blöcke aus dem Knochenvieh rausgekriegt grade. Mit Looting 3. Läuft bei mir irgendwie. Du bist doch der einzige von uns beiden der Looting hat. Meine Villager haben auch Looting. Glaub ich. Ich hab das ja durch den Verzauberungstisch zum Glück bekommen. Äh. Wieder ein Pokéballer. Kann ich wieder was einfangen? Ähm. Rabbit Tooth. Das war der Frosch. Der hässliche. Das Vieh kann man auch in Wasser ablegen, stand da. Geh mal ins Wasser. Geh. 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 Sag mal. Du sollst ins Wasser gehen. Mach da nichts. Geh. Und stirbst du jetzt einfach hast du Pech? Ja. Stirbst du jetzt endlich mal? Kommst du von meinen Affen weg? Was? Ich hab ne Miets gehört bei meinen Affen. Alter, ich lass nie wieder Mobs in meiner Base frei. Die kriegen ja hier den übelsten Lebensboost. Das ist ja schlimm. Lebensboost? Ja, die kriegen mein Herz. Ja, wegen dir halt, wegen deinem. Was du gepfressen hast. Ach doch nicht wegen mir. Hi. Ich geh jetzt noch raus. Yeah. Oh, Achievement bekommen. Alter. Schenke ich dir das Biest, ey. 100? Ich hab die Herzen bei dir gefressen. Wieso greift der dich nicht an? Ähm. Ich kill ihn jetzt mal nicht an. Ja, danke Darko, danke. Was? Was? Dass du die Titzel gemacht hast. Oh. Danke dafür. Freut mich, dass der abhaut. Scheiße, Nick. Hä? Der zieht sich wieder rein. Was im Teufel ist mit dem Krieg los? Aber immerhin, ich hab 20 XP zurückbekommen. 20 Level. 20 Level. Wieso hast du 20 Level zurückbekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, ich guck auf deinen Cobblestone. Minecraft Pickaxe Level Stone. Prozess 11%. Was? Prozess 11% Null. Wow. Wie Prozess 11%? Abbauprozess stand da. Ich muss noch diese Affensuppe essen. Wirst du das Teil jetzt eigentlich da drin gelassen oder von mir? Nein. Ja. Vielleicht. Solange du ihm nichts tust, tut er dir ja auch nichts. Oh fuck. Das sieht aus. Das sieht aus. Fuck! Das sieht aus. Von A nach B und zurück. Hä? Selbst teleportieren hat in dem Fall nichts gebracht. Der hat eine klebrige Zunge. Ja, aber beim letzten Mal konnte ich mich einfach weg teleportieren. Wer weiß. Mal gucken, wer gewinnt. Nein, nein, nein. Der ist ja friedlich. Ich... Holst du den da wieder raus? Ich hab nichts mehr. Hol den da wieder raus. Hol den da raus. Ich hab keinen Ball mehr. Hol den da raus. Ich hab keinen Ball mehr. Raus holen. Mach doch einfach die Tür zu, sonst siehst du es nicht mehr. Es ist doch friedlich grad. Was? 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 Genau das wollte ich machen. Ich wollte mir ein neues Outfit anlegen. Die Hose habe ich ja schon davon. Ich brauche das. Wie hieß die Tirmut nochmal? Alex. Alex. Kurs Frucht on the stick. Okay. Ich will diesen Blaster haben. Verrate ich dir jetzt noch nicht. Sag ich dir, wenn es soweit ist. Die Schuhe kann ich nicht machen. Schade. Spike Tuttle Helm kann ich auch nicht machen. Plus zwei Knockback Resistence. Toi toi toi. Lederhelm. Bärenhaare. Ich hab genau 5 Bärenhaare. Ich brauche einen Schwanz. Und ich brauche einen Lederhelm, die ich alle vernichtet habe. 1, 2, 3, 4, 5. So. Weg. Anziehen. Ey, das sieht so dämlich aus. Das sieht einfach so dämlich aus damit. Hä, hast du den ernsthaft angegriffen? Ja klar. Warum? Das macht man doch nicht. Schade. Hast du Roadrunner Federn? Drei Stück zufällig? Ähm. Wacht, es braucht gechisselten Stein. Alles gut. Da kommen wir noch Club Corny ran. Dann ziehe ich meine normalen Boots an. So. Ich brauche deinen Fahrstuhl nicht mehr, Darko. Egal was du machst, hör mal bitte auf gerade. Ich kletter nur die Wand hoch. Ich hab grad ein Problem. Ich bin halt jetzt nur bei dir. Hey, du bist doch gar nicht hier. Hilfst du mir mal hier unten im Keller bitte? Im Keller? Nein, hier oben bei mir beim Elefanten. Hoch. Her, komm. Oh, was ist denn da schon wieder los? Mir verreckt mein Elefant. Ich krieg den da... Danke. Ich hab den da nicht ausprobiert. Warte mal, der hintet mich ja gleich. Ne, warum sollte der dich gleich hinten? Keine Ahnung, weil das... Ne, der greift mich trotzdem an, wenn ich da reingehe. Hast du den Fosch jetzt eingebaut? Den dann. Einen, den hab ich gekillt. Gab's was besonderes raus? Ne, ich hab den nicht gekillt. Ne, Santa hat den gekillt. Achso. Hi. Das leckt noch mit. Den dann. Das ist, vor allem das ist die Hose einfach nur. Mit der Hose kannst du Wände hochklettern. Das du fliegst. Das Outfit sieht irgendwie geil aus. Ich mag das Outfit irgendwie. Die. Hat der sich grad ne Knarre gebaut, oder was? Das Teile? Ja. Der wegen der Küst. So. Ich bin mal weg hier, wa? Ich bin mal weg hier, wa? Ich mag die Hose. Oh, geil. Ich sollte vielleicht mal die Mega Torch auf meiner Base abbauen, damit mehr Mobs spawnen. Hm. Oh Gott, meine Rüstung. Hilfe. So. Und wieder heile. Ich hab noch sechs Nater Raid. Schut. Aber unbedingt. Schut. Also es war eigentlich ein scheiß Fehler, meine Rüstung auf Neverworld abzugälen. Du kannst doch mit Leder rumrennen. Du kannst doch mit Leder rumrennen. Du kannst doch mit Leder rumrennen. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin eine Trophäe. Das ist ein Viech, was Langeweile hat und damit jedem zum eskalieren nimmt. Okay, ich hab jetzt Soap de Macaca gegessen. Ja, wow. Ist ne Quest gewesen, die herzustellen. Warte mal. Da komm ich ja nicht mehr runter. Äh, vor allem, warum hast du deine Rüstung direkt auf Nater Raid geholt? Hättest du einfach eine stinknormale DIA Rüstung machen können zum Upgraden. Ja, wie gesagt, ich wollte ein Rüstungsteil, ne zwei Rüstungsteile auf Nater Raid upgraden. Weil auf dem einen hab ich mein Ding, das stört mich nicht. Und auf dem anderen hab ich gedacht, hab ich ja noch 3 Nater Raid zum Rebellion für die nächsten Male. Aber da ist mir aufgefallen, ich muss eine Quest erfüllen. Das ist ne Quest. Familie Fauna, ich muss wieder in den Nater. Was ist denn avoid the deniest of the nether? Ich übersetze mir das jetzt. Ah, Aruida. Avoid off. Denieset. Denieset. Deniesens. Deniesens. Deniesens of the nether. Von Bewohnern des nethers meiden. Hä? Guck mal, du sagst, du regest echt. Ja, ich glaub das sind hier die Lackaffen, die trotz Gold angreifen. Ich hab ne komplette Goldrüstung, also ich versuch das nochmal. Ich nehm mir ein bisschen Gold mit. Hab ja nicht viel zu verlieren. Ich weiß ja wo so ne Lackaffen sind. Warum und meinweder Menrod entkl vom Gas bei wurden. Ich habe immer noch die Lackaffen für die Lackaffen. Hast du jetzt ne Schuss Waffen? Aber keine Money, ich bin dabei. Ach, du musst doch den Drachen da umklatschen. Ja, lustig noch, ja. Wie gesagt, da reicht ne Sniper aus und dann zum Schluss noch mit Schwert drauf. Alter, da seh ich doch schon so ne Affe. Bin ich mal gespannt, was die jetzt machen, wenn ich hier lang durfte. Guck mal, ich schenke dir Gold. Bitteschön. Ja, guck's an und jetzt gib mir was besseres. Ne, alright, 100 Stück. Jetzt. Lol. Das war dir nur ein Obsidienwert? Nächstes Gold. Weil ich krieg die Quest einfach nicht. Beschuss. Ich hab kein Crafting Table dabei. Das ist ihm nur Obsidien wert? Ich hab kein Herz. Raiq, ruhig bleiben. Er hebt Obos jetzt davon auf. Ne, den mag ich jetzt nicht mehr. Also Obsidien kannst du dir sonst wo hinschieben. Wo ist der Nächste? Ich hab doch hier noch so ein junges Vieh gesehen. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Goldblöcke eingeheimst. Warum steht hier ne Kiste? Ach, ne, der Portal. So. Oh, Fire Protection auf der Goldhose. Gleich mal wechseln. So. Jetzt hat er Leder dahin geschmissen. Drei Stück für ein Gold. Immer noch ein mieser Preis eigentlich. Hi. 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 Bitte lässt mich in Ruhe. Lol. Muss ich jetzt so in die Base von denen gehen? Mach ich nicht. Da ist mein Grab verschwunden. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Bei unserer Base läuft ein Babybear rum. Ja. Die spawnen auch alle wieder. Mittlerweile. Ich hab ein paar Hütchen gespawnt. Ja, ich hab ein paar Hütchen bei uns gekellt. was tradet ihr zwei ich sag mal so 8 black stone für ein gold ich sag mal so die sind günstiger als die villager die villager wollen ja emeralds für leder haben und dann kriegst du meist nur in leder was war das fire charge ok komm mal her da hast du ein gold was tradest du mit mir los 100 netherite jetzt schon ultra geil wenn da ein netherite rauskommt du kannst es bei denen sogar duplizieren was macht ihr mit dem gold nugget sammelt ihr das auch ein guck mal da gold nugget da 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 willst du nicht oder ist das interessiert den nicht okay guck mal 7 gold auf einmal und er nimmt nur 1 auf was im arsch ich krieg die quest trotzdem irgendwie nicht wer weiß und leder ja keine ahnung keine ahnung aber es klappt dann anscheinend doch damit so die sharktooth pfeile nehme ich mal mit das kommt hier rein das fire charge da rein obby da rein gold da rein die pfeile in den backpack auch der trident so rocke dann schon mal nachladen dann ist noch das fisch offen hier müsste ich mir wieder krims moskitos suchen wie man den nebel ausstellt ist das video settings ist immer noch da warte 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 ich bin gerade irgendwie zu weit rausgegangen okay schon wieder ich weiß nicht bei den achievements video settings was unter qualität details details also video settings details und dann ist es 2 für das fünfte von oben sein warum willst du den ausschalten warum willst du den ausschalten ist ja unrealistisch kommt gleich wieder an ich möchte gerade mal was sehen können ach hast du dir das achtfach visier mit drauf geschmissen äh ne das bringt auch nicht wirklich viel ich habe nur dieses mittlere ich weiß nicht wie vielfach das hat vierfach muss das sein weil das hat meiner meinung nach eine gute ein gutes mittelmaß zwischen ich so ran und erkenne gar nichts mehr und effektiven treffen so ich habe so sind in der base und nichts passiert kein einziges wie ich kommt da ist schon seltsam dass du das da irgendwie gesehen hast und getötet hast aber es eigentlich heißt es spawnt in der overworld ich hab da kein soul sand gesehen und nix ist schon seltsam kommt ja also wieder die beschuldigung ich würde hacken naja ne das nicht aber es ist seltsam ich kann es mir ja auch nicht erklären ja das hat auch noch glüte in den punkten mobbuch so wo haben wir den scheiß so wohl schon sowohl schoss also visual remains of long dead broads set out by nether soul sand valley haundsen es kann nicht in der overworld gespott sein dark das geht nicht es steht da im netter ich weiß ich weiß dass es das steht ich habe es ja selbst nachgelesen aber genau dieser folge der da abgedroppt ist habe ich in diesem biome gekillt und das ganz am anfang an den ersten oder zweiten folgen den hochgeladen hast da bin ich mit den ersten oder zwei folgen wo ich da war du hast mit eisenrüstung hin und das war's du hast du hast die quest erledigt du hast die quest ernsthaft erledigt ja vielleicht auch kein screenshoten nur dieses herz dieses obtain a soul herz fehlt mir halt so 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 Zuhm, Zuhm, Zuhm. Okay. Äh, Südosten. Würdest du dir kurz die Quest dann schon nicht, dass wir komplett aneinander vorbeireden? Moment. Ja, und das kann nicht sein, dass Tier spawrt nicht in der Overworld. Das kann nicht sein. Und das habe ich heute mal noch in der Overworld gekehlt. Es kann aber nicht sein. Zu 100 Prozent. Ich weiß, dass es nicht sein kann, aber dann hat er halt irgendwann ein Spawnei hingelegt. Ich kann es mir nicht mehr erklären. Ja, hä? Wie ein Spawnei hingelegt. Es war einfach da in der Luft. Es hat mich attackiert. Ich habe es zurück attackiert und fertig. Ich weiß nicht. 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 Joah, um dem. Um dem Gold anzuziehen. Scheiße. Nein! Hör auf. Schieß doch den Pfeil endlich. Jetzt versuche ich mal dieses Trailer Board. Ob das wirklich viel Lava gemacht ist. Loll! Und da... Oh! Da hat der Speed drauf! Holy shit! Haha, ihr Knopf, ihr könnt mich mal. Du musst ja echt aufpassen, dass du da keinen Lack hast und dann auf einmal in der Lava bist. Loll! Das ist auch schon wieder so eine Sache, die ich noch nie gemacht habe in Minecraft. Äh! Geh! Wo hast du... Man kann damit auch irgendwie springen. Oh nein! Oh nein! Ich hab's auch! Alter, das fetzt ja! Das ist ja fetzig! So, was wolltest du jetzt, wo ich gesagt hab, du sollst mal warten? Ähm... Wissen wir, was das für ein Biom ist, wie das aussieht. Dann bin ich mal... Soulcent Valley ist einfach nur Soulcent! Und... Ach so, Arco. Ach, leck mich am Arsch. Natürlich helfe ich eh nicht mit Päusen. Alter, diese Geräusche! Also.. Ich hatte michot bottom getrennt, also micho supplement Oh-oh-oh-oh, wie Systems. Du hast du… Ok. bearsestrekt im Hintergrund schéeras hier. Gehen wir noch weiter höher. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin in den Biome rein. Ich hab alle Netabiome dort gefunden. Warte mal. Achievements? Wie hieß das? Hot Tourist Destination. Und da in der Beschreibung steht darunter Explore all Netabiomes. Also entdecke alle Netabiome. Vor allem Distract Pickling with Gold hab ich gemacht. Ich hab das Achievement gar nicht bekommen. LOL Das ist ein normales Vanilla-Minecraft sein. Ich glaube das ist ein Vanilla-Minecraft. Ja, aber... Baneta... hä? Müsstest du das eigentlich schon lange haben? Hast du vielleicht auch. A boot has legs right a strider with a rapid fungus on a stick. Hab ich gemacht? Ich hab das Achievement auch nicht gekriegt. Das Gold-Traden mit den Piglins. Das Achievement hab ich nicht gekriegt. Äh... Weil die Bedingungen davor ist wahrscheinlich irgendwas nicht erfüllt. Doch! Nether, bring Summer clothes. Hab ich. Und ich find aber deine hier im Nether gerade tatsächlich nicht. Deine Quest. Biomes and Plenty... Discovery... Ne... Das sind Nether-Schuhe. Äh... Netherite-Schuhe sind das. Achso... Ja, die hab ich schon. Ja eben. Hätte mich auch gewundert, wenn du die jetzt nicht hättest. Hätte mich auch gewundert, wenn du die jetzt nicht hättest. Aber ich war in der Biomar noch nicht. Cool! Mach's gut. Ich hab ne Gaskugel mit meiner Piste zurückgeschossen. Okay, hier lecks. Hier muss ich jetzt aufpassen. Ich geh grad mit Dummheit. Egal. Ähm... Ich bin... Soul Sand Valley. Genau. Mein Gott, Gott, Sterne. Ich hasse Soul Sand. Wenn du hässliche Brücken über Lava sehen findest, das will ich. Habe ich auch schon alles gemacht. Das ist eigentlich so ein No-Go bei mir, weil mir das zu risikoreich ist. Da musst du... Ja, hier in dem Pack musst du wirklich aufpassen, wenn ich den Knochen fichern. Ehm... 522. Da steh ich mich jetzt hier AFK hin. Baue mich kurz ein. Ich schau mir, dass da die Viecher gespawnt sind. Ich mach' ein kurzes Bäustchen. Ich mach' ein kurzes Bäustchen. Ich mach' ein kurzes Bäustchen. Dñasen.